Windows laufen die Nutzer in Scharen davon und Microsoft verrät uns sogar, in welchem Umfang. In diesem Video schauen wir uns an, wie es mit dem Marktführer-Beitriebssystem im PC- und Laptop-Bereich bergab geht. Um Entwicklungen abschätzen zu können, brauchen wir erst mal Zahlen zur Verbreitung, wie viele Nutzer es bei Windows gibt. Microsoft erhebt diese Daten schon seit bestimmt bald 10 Jahren, denn spätestens seit Windows 10 haben sie ja angefangen mit Windows massiv die Nutzer auszuspüren, ihren Daten zu sammeln. Das ist bis heute in der Kritik, aber diese Informationen, die gibt Microsoft nur ungerne Preis, beziehungsweise nur in kleinen Häppchen. Eins davon stammt aus dem November 2017, da hat Microsoft gesagt, Windows 10 läuft auf über 600 Millionen Geräten. Doch das sind nicht nur Computer, PCs, sondern Microsoft schließt hier sämtliche Geräte ein, die irgendwas mit Windows zu tun haben. Das heißt, darunter sind dann zum Beispiel Tablets, die Xbox-Spiele-Konsolen, HoloLens, Surface Hub und so weiter. Das damalige Ziel bestand darin, bis 2018 die Marke von einer Milliarde Geräte geknackt zu haben. Das Ziel sollte Windows 10 auch erreichen, aber eben das zwei Jahre später, 2020, gab es dazu von Microsoft hier einen neuen Blogartikel, wo sie sich dafür feiern, ja, wir haben jetzt die Milliarde Geräte geknackt. Im Sommer 2024 schaffte es dann CrowdStrike als das Antivirenprogramm in die Geschichte einzugehen, die eine so katastrophal schlechte Softwarequalität abliefern, dass es zu einem Großausfall gekommen war. Da gab es dann im Nachgang, das habe ich hier auch schon mal eingetragen gehabt, von Microsoft erste Zahlen zur Größe dieses Ausfalls. Das hier ist die originale Quelle. Da sagt Microsoft, es sollen ungefähr 8,5 Millionen Geräte betroffen sein. Das entspricht, Zitat, weniger als 1% aller Windows-Maschinen. Da Microsoft sich hier bedeckt gibt, kennen wir keine genauen Zahlen, man kann aber ungefähr hochrechnen. Und 1% würde bedeuten, dass Windows auch nur noch gerade einmal 850 Millionen Geräten läuft. Das ist sehr wenig, wenn man bedenkt, dass es hier generell um Windows-Systeme geht, also nicht bloß eine Windows-Version. Alleine bei diesen Zahlen hätte Windows schon in wenigen Jahren mindestens 150 Millionen aktive Nutzer verloren. Ist das so? Noch heftiger wird es, wenn wir auf Zahlen von 2018 schauen. Da hat Microsoft sich gefeiert, wir haben hier mit Windows schon anderthalb Milliarden verschiedener Geräte. Doch das bedeutet, dass man mit dem Betriebssystem sogar 650 Millionen Nutzer verloren hat. Natürlich sind das Schätzungen, weil Microsoft sich bedeckt hält. Es gibt nicht immer genaue Zahlen oder sie sind eben aggregiert mit anderen Informationen. Als Vergleichswert habe ich mir daher mal StatCounter als unabhängige Quelle angeguckt. Die werten hier verschiedene Webseiten aus, die häufig aufgerufen werden und gucken, welche Betriebssysteme greifen auf die zu. Die haben ihre Monatswerte bis in den Januar 2009 archiviert. Wenn wir da mal einen Blick drauf werfen, dann ist das ziemlich eindeutig. Windows ist hier oben diese blaue Kurve, ganz am Anfang. Da steigen wir mit noch ziemlich hohen Werten ein, über 95% Marktanteil bei Windows. Doch danach geht es hier bergab mit ein paar leichten Schwankungen. Aber der Trend, der ist ganz klar ersichtlich. Da sind schon mehrere Prozentpunkte verloren im Jahr 2012. Und so geht das dann immer weiter, bis wir heute bloß noch einen Marktanteil von rund 72,9% haben. Dafür gibt es mehrere Gründe. Einer hat mit Microsoft wenig zu tun. Es ist der technische Wandel. Im Jahr 2009, da waren Smartphones noch eine Nische. Die Verbreitung hat aber stärker mit den Jahren zugenommen. Sie wurden zum Standard und gerade für Kleinigkeiten im Alltag, da kann man dann kurz das Handy zücken, statt den Computer anzumachen. Die Nutzung verlagert sich also zumindest ein Stück weit. Alleine daran liegt das aber nicht, wie wir zum Beispiel an Zahlen vom Statistischen Bundesamt hier sehen können. Die haben in mehreren Jahren immer mit Abstand erfasst, wie viele Geräte gibt es da, also der Anteil an Haushalten, die eben zum Beispiel einen stationären PC, ein Laptop und so weiter besitzt. Da gibt es zwar einen Trend von PCs, also den klassischen Rechnern, die nehmen etwas ab, Hinrichtung zu Laptops und mobilen Geräten. Aber die Versorgung mit den Geräten, die ist immer noch hoch. Das heißt, PCs und Laptops, die sterben nicht aus. Wo die Nutzer hingehen, können wir hier in der Statistik sehen. Und zwar, wir nehmen hier mal Unknown raus und auch Chrome OS, iOS, die spielen hier keine wesentliche Rolle. Während Windows sinkt, kann hier Apple profitieren. Hier hinten geht es auch bei denen wieder ein bisschen bergab, aber die haben hier eben über viele Jahre einen Teil dieser Nutzer von Windows gewinnen können. Dass wir immerhin auf 13 Prozent, hier zum Beispiel kommen im Jahr 2019, aber auch Linux, das hat hier erst eine ziemliche Durststrecke gehabt. Doch hier sieht man, gerade in den letzten Jahren ist das Wachstum ziemlich stark. 1,9 Prozent im Januar 2020. Mittlerweile sind wir hier schon bei 4 Prozent. Es gibt also immer mehr Leute, die von Windows zu Kno Linux wechseln. Warum ist Windows mehr und mehr bei den Nutzern verhasst? Das liegt daran, dass Microsoft seine Marktmacht zunehmend missbraucht. Das fing schon mit Windows 10 an. Da haben sie ziemlich rabiat die Leute dazu gedrängt, dass sie von Windows 7 auf Windows 8 upgraden. Das Ganze war so extrem, dass es da Klagen und Schadensersatzforderungen gab. Aber das soll erst der Anfang sein. Mittlerweile kommt immer mehr Werbung. Windows wird hier zur digitalen Litfaßsäule. Hier Werbung in Windows 10. Da ist ganz viel passiert. Sogar in den Systemeinstellungen, wo man es also als letztes erwarten würde bei einem Betriebssystem, das man gekauft hat. Und natürlich bleiben auch die Windows 10 Nutzer nicht verschont. Denen hat man das später nachgeliefert, damit auch die Microsoft noch ein bisschen Geld bringen können. Das geht auch mit anderen Produkten so weiter. Man bewirbt hier sehr aggressiv die eigenen Dienste und Produkte, um die Nutzer dazu zu drängen. Zum Beispiel den Edge-Browser unter Windows 11. Ebenso jetzt natürlich KI mit Copilot. Das ist ja schließlich der heiße Scheiß. Das muss jeder haben. Auch ein Microsoft Cloud Konto, das ist sehr gefragt, um noch mehr Daten zu sammeln und die Hemmschwell zu senken, dass hier ein Cloud Abo abschließt. Daher wird auch dafür aggressiv geworben. Falls ihr zu den bösen Leuten gehört, die noch Windows 10 benutzen, das ist auch nicht erwünscht. Hier gibt es eine schöne Werbung, damit ihr wisst, hey, das ist nicht gut. Und Microsoft will, dass ihr jetzt zu Windows 11 wechselt und euch da auch ein schönes Cloud Konto macht, noch ein Abo und denen mehr Geld bringt. Es gibt noch viel, viel mehr Beispiele von solchen Gängelungen, die kann ich gar nicht alle hier mit ins Video reinpacken. Eines der größten Ärgernisse von Windows 11 ist der Upgrade-Zwang zu neuer Hardware. Man hat mit künstlichen Anforderungen hier versucht durchzudrücken, dass die Leute hier neue Computer kaufen und die alten wegwerfen. Denn dann verdient Microsoft noch mal Geld mit den Lizenzen. Außerdem sparen sie sich Support für die älteren Konfigurationen, die ja auch Arbeit machen und damit den Gewinnschmälern. Was seit Jahren viele Windows-Nutzer aufregt, ist die total mangelhafte Qualität. Es gab immer wieder Probleme mit Windows-Updates und das liegt daran, dass die nicht gescheit getestet werden. Testen kostet Geld. Deswegen versucht man das auszulagern und so sparsam wie möglich zu machen. Da hat man hier auch Tester entlassen, weil das ja auch eben Geld einspart. Das zieht sich bis heute. Ein aktuelles Beispiel, Windows 11 24 H2. Da gibt es einige Probleme. Es gab auch einige Updates vom Update, aber trotzdem ist hier eher das Gegenteil eingekehrt. Der Patch, der soll Fehler beseitigen, aber er reißt neue auf. Kein Wunder, dass solch schlechte Qualität auch zu katastrophalen Sicherheitsmängeln führt. Hier ein Beispiel, da gab es eine kritische Sicherheitslücke in ihrem eigenen Browser. Microsoft kümmert das nicht. 180 Tage ohne Patch. Da sind also die Kunden Monate hinweg verwundbar. Und im Konzern ist das offensichtlich völlig egal. Das ist auch kein Einzelfall. Hier zum Beispiel mit Office. Ein aktuelles Beispiel. Auch da werden Sicherheitsmängel nicht sofort behoben, sondern im Gegenteil. Man sagt ja zwar, ja, die kann man ausnutzen, wenn man eine präparierte Seite aufruft. Aber der Angreifer kann Nutzer ja nicht dazu zwingen. Also mit anderen Worten, die Windows-Nutzer sind selber schuld, wenn sie darauf vertrauen, dass Microsoft-Programme sicher sind. Für Microsoft gibt es keinen Grund, das zu ändern. Warum auch? Die wollen ja nicht die beste Software entwickeln, sondern die wollen am meisten Geld verdienen, solange ihr das weiterhin kauft. Sagen die, ist mindestens alles richtig oder noch viel besser. Wir können hier die Daumenschrauben noch ein bisschen enger ziehen und noch mehr Geld aus euch herausholen. Wie sieht es bei dir aus? Hast du noch nicht genug und lässt dich von Microsoft weiterhin gängeln? Oder bist du schon zu freien Betriebssystemen, zu freier Software gewechselt? Schreib es gerne auf uLabs.de ins Forum oder in die Kommentare. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen. Untertitelung des ZDF, 2020